Sie möchten am Sonntag einen Ausflug machen. Was wollen Sie machen? Machen Sie Vorschläge, diskutieren Sie und finden Sie eine Lösung. Hallo, Sarah, wir wollen doch am Sonntag einen Ausflug machen. Hallo, Sarah, wir wollen doch am Sonntag einen Ausflug machen. Ja, stimmt. Das Wetter soll gut werden. Ich schlage vor, dass wir mit dem Fahrrad an den See fahren. Ach, wir waren doch letzte Woche erst am See. Ich würde lieber in die Berge fahren. Mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad? Nein, das geht nicht. Mein Rad ist nicht so gut. Lieber mit dem Zug. Nein, das geht nicht. Mein Rad ist nicht so gut. Lieber mit dem Zug. Ich finde die Berge auch okay, aber ich würde gern schwimmen gehen. Dann machen wir das so. Zuerst doch mit dem Zug in die Berge, da können wir schwimmen gehen. Danach hätte ich gern etwas zu essen. Das passt dir? Ja, das gefällt mir. Tonnen wir im Restaurant essen? Ja, das gefällt mir. Tonnen wir im Restaurant essen? Super. Super. Prima. Super. Prima. Super.